wenn das was nicht ausgegeben hast und trotzdem so viel mehr aus wie so macht er das warum springt einfach von der Scheiß ich hab's gerade gesehen wenn ein Land mit okay ich bringe da war und darf also Was ist denn los, mit mir? Du bist das richtige Mongo, bist du einfach. Heyo Leute, ich zeige uns jetzt hier zu einer neuen Runde. Minecraft, wie hieß das Spiel noch gleich? Bad Wars, genau, Bad Wars ist das Spiel. Äh, mit dem Yen und Nato AP. Und wir spielen jetzt hier eine Runde Bad Wars. Äh, zweimal, ich bin noch nicht. Wir spielen zweimal 1,4. Und ich hatte richtig viel Crap dabei. Und wir haben die Aufnahme ein bisschen verspätet angefangen. Ja, die Runde da war ja schlimm. Weil der Buck immer noch... Hä, wo bist du eigentlich hier auf der Map? Ich baue mich grad nach vorne. So. Wir haben nämlich eben schon mal auf genau der gleichen Map auf... Äh, äh, Dings. Haben wir schon mal, äh... Aufgenommen? Mein Gott, mein Deutsch heute, ne? Haben wir schon mal aufgenommen. Genau probiert. Und dann waren da einfach so überhaupt keine richtigen Teams. Dann waren da, glaub ich, ein roter und ne zwei grüne und zwei blaue. Und in einem von den beiden... Okay. Okay. Jetzt läuft grad meine Nase und sie juckt und mein Knie juckt. Jetzt juckt einfach alles. Probier rüber zu jumpen. Wow. Hab ich gesagt, Jen? Probier rüber zu jumpen. Ich bin ja nicht bei hinter dir stehen. Ich bin tot, weil er nicht richtig... ... was weggegeben hat. Also, Nummer zwei. Also, nochmal betrat. Nummer zwei. Zehn. Ey, wie ich mich jetzt einfach mal hasse. Wieso schmeißt du eigentlich die Sachen immer raus dir, wenn du... Versteht es nicht. Ich kann doch nie verstanden. Ich kann doch nie verstanden. Na ja. Wenn du so aus diesem Dorfbewohner rausgehst, ne? Dann würde doch eigentlich der Berupte, wenn das, was du nicht ausgegeben hast, und trotzdem du mir mental hast, wird der immer raus, wieso macht der das? Ey, Leute. Der hat einen Bogen und der kann einen gut treffen. Oh, Fick, ey. Wieso müssen jetzt eigentlich auch uns wieder groß werden? Versteht es immer nicht? Wie geht es mir hin? 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 Ich wette. Ich wette es einfach. Und was habe ich gesagt? Ja, komm. Ey, was ist denn das wieder für eine Scheiße? Weißt du, so eine Aufnahme kann eigentlich gleich eine Tonne kloppen. Wenn du wieder in dieser Runde nichts gebacken bekommst, hast du außer zu sterben. Und den Knüppel zu nehmen und nach vorne zu rennen. Das hat nur eingeführt. Klar kein. Hat nur ein Knüppel. Nein, hat nur es zu kacken. Ich wette auch auf die Scheiße zu benutzen. Ich wette auch auf die Scheiße zu benutzen. Die macht immer einen Schaden. Naja, ist mir relativ egal. Ich bin mit einem Knüppel. Weil der Knüppel ist der gute Mann. Na gut, ich greif mal kurz rot an. Und sauf sich nicht. Oh ne! Jo, was hat er für ein Schwert? Bitte treff mich nicht. 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 Bitte er hat mich gebrauchen. Nein, der Typ kommt. WTF. Jo, der K... Er läuft ja zurück. Wie ist er... Bei dem K... Jetzt überwaschen. Ich bin über das Köln. Ey, du bist so englisch. Ich bin gestorben. WTF, ich verstehe es nicht. Ja, da sind eben zwei Leute gekommen. Alter, jetzt kommen da drei Leute, ne? Die sollten wir ja mal anfangen, unser Wetter einzubauen. Ich verstehe teilweise auch nicht, was die Leute für eine Logik haben. Zum Beispiel, guck... Also als Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh... Zum Beispiel jetzt, äh, blau angreife und grünen einen einfach einfach wegschießt. Anstatt, äh... Ja, das ist immer so. Das ist einfach, die wollen den Kill haben. Das sind immer diese kleinen Kinder, die geilen sich dran auf in seinen Killen. Weißt du, man hilft ihnen praktisch dabei. Jo. Man hilft ihnen praktisch dabei. Man hilft ihnen praktisch dabei. Jo. Man hilft ihnen praktisch dabei. Warte, grün hat ja keine Basis mehr. Man hilft ihnen praktisch dabei. Man hilft ihnen dabei, äh, einfach zu grün und sterb da. Ah. Man hilft ihnen dabei, äh, zu dinsen. Also, die gingen auszuschalten. Und dann führten die einen noch. Obwohl man die helfen wollte. So richtig behindert einfach. So richtig behindert einfach. So richtig kiddie. Jo. 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 Vlink. Jo. Jo. ich habe geholt ja jetzt bin ich es bin ich gerade unter und sterben er kommt dass er dann weg haben die Menschen die Parue er ihnen immer ein Stück ein Stückchen eine Stunde immer noch um der Typ kommt das ist ein erster bisher nicht so als könnte man eine Seite vor 4 in Rundt er und er wird sich der drunter gefallen die Stiftung das ist ein paar Blöcke unterwerfen so richtig ist gelönt aber auch untergeschossen der Mann bei der der Typ ist noch der dritte Stichworten Hey Hey Wie bist du da? Ey, ich hole dich, ich kaufe dir auch nur einen Bogen, okay? Geh aber sterben Ich will dich jetzt überraschen Hey, jetzt zu überraschen Dir ist schon klar, dass er jetzt gar nicht mehr... Scheiße, ich habe gerade ein Gold weggeworfen Dass er gar nicht mehr richtig auf uns geht, ne? Ich verfolge ihn aber gerade so richtig Ja, sieht man Das ist ja echt ein Apropos Rügelchen So, ich muss ja echt Respekt dafür sagen Wie du ihn einfach perfekt geschlagen hast Perfekt in den Kopf Einfach so, als könnte man das nicht besser machen Nein, keine Mongo Ja, komm, komm Genau Ist der wenigstens untergefallen? Nö Hä? 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 Ich verstehe das nicht Wieso macht es sich schwer? 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 Wieso hast du das nicht gesehen? Ich weiß! Der schlägt immer so eigenartig Der schlägt einfach mehr Not-Back Als ich mit dem Star und so Ja, doch macht der auch kein Not-Back Hä, doch? Das ist so viel wie ein normales Schwert Hä, aber trotzdem guck dir nochmal an, was er für Not-Back macht der Typ Ja Ja Wer bleibt mir hier in der Mitte Ah nein, ich kann nicht rüber zu blau Funktioniert haben wir jetzt mit dem Bett Okay, nein, die haben sich geflückt Ich bring doch mal runter Was ist los mit mir? Oh, ey, ey Du bist das richtige Mongo Ich will hier wirklich Ich werde nicht aufgie-fragen Donut Ich will mich ein paar Ich werde nicht auf einem Lippen Ich werde nicht aufgehoben Ich werde nicht aufgehoben der grob den Berge ab Ullors Langer die Körner Dr folgen die Leute sind die Sto wenn ich probiere Fieber und значит ich will wenn man mit wir haben wir die Bitte tauscht der Gebiete Gebiete gibt es ja im Kindertorfer er ist ich bin das ist auch ein Bogen in der Kiste Achtung, hier bockst du, der fängt grad immer und so dann den bockst du da zu uns komm grad runter lol 1 ich bin nicht mehr die Kölner 2 der Grüne was steht was steht auch noch das ist nicht möglich er ist ein bisschen guter der Kiste er nutzt die Kölner das war wichtig ich glaube dass sie keinen Bogen haben die Brüder der Bedeutung getötet er hatte ich komme mit der Welt kommen auch schon Mama ein Bogen bringen wir müssen mit dem Glöcker ja eigentlich müssen wir jetzt noch machen wegforschen die Lüge bis mit ich du hast erst gesagt Bogen jetzt gibt es Gold ja weil ich keine Sachen habe ich habe ich habe und ein Bogen ich gehe jetzt allgemein mit dem Krippkauf das ist sehr nett guck mal wie sie jetzt denken du kommst nicht du hast mir auch einen Bogen oder der Typ hat er was genutzt wird dann scharf gesetzt das ist nicht schlimm naja aber die 6 Gold vielleicht diese Schafe die sind auch dumm ne das kämpft jetzt einfach davor und denkt wie so jo ich zerstöre wir die Brücke oh jetzt wäre ich beinahe wieder runter gefallen ey wie ich diese Treppen einfach mal hasse ey der Lolo Lolo Mann ist ja eh du Lolo Lolo Mann ich hab da kommt man ein Spielmoment nur ein er denkt sich nicht wenn du erst liegst man kann so ganz bis hin durch die Blöcke durchschießen das hilft mir klar du musst einfach so Hacker schreien ich würde so feiern ne was ich mir noch nicht bewusst dass ich nicht freut sich mal wenn man äh Hacker nennen ja irgendwie mag ich das mal da denn was mitgemacht hat das da und dann die wo bist du eine mitte und steht und wird das die das ist er sehr selten und erbten aber morgen kommt die Vorurteilung lecker die worden Mama, in die Fräse, du boopen. Ey, der schilte einfach, Junge, das ist ne wahre Pracht. Wir sollten uns vielleicht ne Kiste hier mit den Stellen und einen Enderchest oder sowas in der Art. Da brauchen wir nicht mehr Hilfe, das ist ja alles, was uns noch fehlt. Ich esse ja nicht so, dass ich hier eine, das waren Gold, also, ne? Ich spam, da hat einfach nur Brot rein. Ich mag die Leute da drüben, die sind nat. Was wollte ich noch? Keine Ahnung. Genau, es gibt halt nicht beide. Dicker, 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 dicker. Liebst du noch? Oh ja, ich lebe noch. Hab ich mir in Engel gebetet, denn das sind das Teile. Ach, blau hat er auch nur sein Bett, ne? Ja, aber das ist kein Problem. Oh ja. Gehst du nach vorne? Oh ja, ich gehe so ganz langsam nach vorne. Guck mal, was die Leute da machen. Ja, damit steht jetzt übrigens ein Enderchest mit E-Cripp. Was denn für den E-Cripp? Gut, E-Cripp. Das ist das, was du noch nicht hast. Boah, Alec. Hä, die chillen sich auch hier live, Alter. Denn, du sollst nicht 1,20 Gold bei der Sonne, ne? Ja, ne, ich gehe die angreifen. In der Enderchest ist noch anderes Zeug. Hä, aber wo hast du denn eine Enderchest in die Mitte gestellt? Äh, da, wo, in die Nähe von Blau. Da. Hä? Ach, hier. Ja, ist ja nicht so, als wäre hier so viele Sachen. Ich komme mit. Nein, ich habe mit. Ich bin jetzt eingetragen, ich bin jetzt eingetragen, zu machen. Ich bin jetzt eingetragen, zu machen. Ich bin jetzt nicht so, der hat das Schwer und so. er war wo es ist und jetzt kann sie gehen was scheiße wurde jetzt ein Bogen egal egal mit beiden Anbieter und bei dir einfach mit dem Bogen er setzt sich auf der Welt zum Teil Koppel heute geht einfach mit die Leute ein bisschen die Perfekte und ein paar auch bei den Anfängen wir haben sehr und nun muss man können